Willkommen zurück zu einer Folge Homecraft, hier ist es in der Folge 1114, es ist ja schön, dass du eingestellt hast, wir sind dabei, gerade hier dieses Dach fertigzustellen und wir hatten, was hatten wir gemacht, wir hatten Slaps und sowas geholt, ne? Wir gehen jetzt mal kurz hier so drauf und werden einmal das Dach, die Konstruktion fertigstellen, zack, zack und den auch wieder, so wunderschön, so und hier können wir dann tatsächlich wieder sowas setzen, sowas setzen, sowas setzen und, äh, haben wir noch, Deep Slate, Cobble, Deep Slate, Deep Slate, ne, ich wollte diese, diese Bricks an sich haben, haben wir von denen noch welche da, wenn ja, wo, wir haben noch ein paar Polished Bricks da, also, also Blackstown halt, ne? Zack und zack, so und das Ganze dürfen wir dann auch einmal hier veranstalten, so und hier dann natürlich auch, ne, 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 die Treppen, so, zack, 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 so wunderschön. Kommt, da auch runter mit dir, so, dann gehen wir hier auch lang, switchen, so wunderschön. Ja, da kommt man nicht mehr hoch gleich, ne, ne, pack da. Wollten nur die Zaptings haben. Die wollte ich haben. Zack, 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 und dann einmal hier wunderschön. Ach, übrigens, danke, danke, danke fürs Abonnieren. Wir sind 260 Leute. Oh, das ist schon cool. Das freut mich echt. Oh. Zack, und, äh, dementsprechend können wir jetzt hier sowas machen. So, zack, zack, und hier dann direkt, ne, da nicht. Da nicht. Den braun bin ich, das ist nur Deko-Dach. Das ist mein Deko-Dach. So. Wunderschön. Da unten noch einen weiter. Ja, das ist schön. So, zack, 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 zack. Aber wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen zwei, vier, sechs, sieben. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwei, vier, fünf, sechs, und noch einen, den sieben. Wunderschön. Dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. So viele Deko-Blocker haben ja gar nicht Platz für. Können wir aber dafür schon mal die setzen. Und können, äh... Ich hab das Gefühl, ich hab ein Blatt zu wenig. Ne, hab ich nicht. Das ist doof. Das ist blöd, was ich hier sag. So, und da können wir grad hier schon mal die Flower-Pot setzen, und wir können grad schon mal die Blume, und, äh... Achso, wir hätten grad das Glas auch noch machen können. Na gut, egal. Weil das hier nämlich jetzt von hier tatsächlich wieder ätzend ist. Wir haben auch keine Glasscheiben dabei. Doof. Dann so, und, äh... Ne, damit nicht, sondern den Kaktus. Ne, warte mal, der Kaktus ist zu viel Grün. Also zu viel Grün, weil wir jetzt tatsächlich den den da haben. Wunderschön. Hier auch nochmal kurz nach oben. Kaktus kommt auch nicht hier hin. Sondern hier kommt ein Eisen, was wir am Eisen da haben. Genau, dieser. Wunderschön. Dann können wir grad hier das das da hinsetzen. Hier kommt dann der Zapling. Zack, und hier kommt der Kaktus. Und so, und dann können wir Glas machen. Können wir hier auch Glas machen? Ne, können wir nicht. Schade. Das heißt, wir müssen Glasscheiben machen. Zack. Und jetzt wieder genügend da. Können wir jetzt gucken, wo wir noch keine Scheiben drin haben. Und einmal hier fehlt noch eine Pflanze. Haha, guck mal, da ist ja der der Zapling. Zack. Wunderschön. Wunderschön, dann ist das da auch ausdekoriert. Den ist das ja auch schon mal ausdekoriert. Wunderbar. Dann können wir auch schon fast mit dem nächsten ausstatten. Aber nur fast. Aber nur fast. So, wir wollen hier noch mal das Glas rein setzen. Wo haben wir noch Glas? Glas, 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 Glas. Da ist noch Glas. So, können wir den Stack mit Glas können wir voll machen. So, wir machen ein Haus. Ein wunderbuntes Haus. und zwar dieses hier. Das heißt, das wird quasi genau wir haben. Wir haben aber nicht mit Sigtats abhanden. Deshalb ist es gekoppelt. Deshalb ist es gekoppelt. So, wir wollen das hier natürlich gerade machen. Das heißt, hier kommt schon mal Gras weg. Wunderbar. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, zack, wunderbar. So, was nehmen wir denn für Holz? Wir hatten, was hatten wir denn noch gar nicht? Wir hatten das Berufs, hatten wir noch gar nicht. Wir haben das Berufs, Wood. Ne, Dark, auch hatten wir auch noch nicht. Wir hatten aber nur... Ach, das sind Planks. Ach gut. Mit Dings geht das, mit Planks. Das geht ja nur mit... Ich glaube, so, dann können wir schon mal hier das Ganze 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 und den vierten 1, 2, 3, 4 Ah ne, warte mal, das wird doof. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 und dann können wir gerade hier doppelt setzen und dann geht das viel schneller. 1, 2, 3 Doppelt setzen und dann sind wir durch. Dann sind wir durch, da können wir in den dunklen Block die ganzen wieder reinsetzen. Seitdem, wir hatten irgendwo noch mal tausende Blöcke, die wir mitkommen. Ja, hier haben wir Spruce und Jungle haben wir noch. Birke haben wir auch noch. Ah, jetzt regnet es. Wir können auch nicht... Doch, wir können regnen. Das ist ein Gewitter. Warte mal, das ist ein Gewitter. Das ist cool, wenn mir das Gewitter ist. Nicht schlecht. So, was nehmen wir denn als Füllmaterial? Also, wir nehmen als Füllmaterial... Was können wir denn mal holen als Füllmaterial? Was haben wir denn noch bei uns im Lager? Wir gucken mal, was wir noch so im Lager haben. Dafür schmeißen wir noch mal den Deep Slate raus und eventuell noch mal die Küsse aus der Hand kurz ausschmeißen. Da können wir mal kurz gucken, wie, was wir noch so im Lager haben. Wunderschön. Hallo, lass mich hin. Dankeschön. Oh, das hat klappt. Da wäre mir fast runtergefallen. Nein, zwei, drei. So, die nehmen wir mit. Und die Neuen bleiben dort. Die können da bleiben. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen Paper mitmachen. Genau. Paper und nochmal Paper. Wunderschön. So, mal gucken noch mal kurz hier. Ich glaube, das... Ja, der ist tatsächlich auch schon voll. Also, die müsste man tatsächlich noch mal entlasten. Machen wir auch. Zack. So, wir gucken mal, was wir noch so an Blöcken haben. Wir haben ja schon mal Blackstone Stairs. Ja, also hier wollten wir Wolle hintun. Wolle wollen wir aber nicht. Wollen wir aber nicht verwenden als Dach oder als Baumaterial. Von hier gibt es hier irgendwas schönes Gerbe Basalt. Nee. Also, man könnte eventuell sogar überlegen, was aus Quarz zu bauen. Aus Quarzblöcken eventuell. Oder aus Smoothquarz. Nehmen wir die Wände aus. Wir nehmen als Weißdexquarz mit. Das ist gut. Nee, der Briggs finde ich jetzt nicht so schön. Die könnten ruhig da bleiben. Amethystia halt, das wäre ein bisschen so... Das wäre so ein Special House, glaube ich. Nicht schlecht. Für so ein Special House können wir das nehmen. Was haben wir hier noch? Tuff haben wir nichts mehr da. Müssen wir uns farmen gehen. Diebslade brauchen wir für den Untergrund quasi dauerhaft. Sandstein haben wir da. Guck mal, wir müssten doch ein bisschen Sandstein jetzt. Ah, ein bisschen Sandstein ist hier dran. Das ist gut. Das andere wäre jetzt die Frage, wenn wir hier so mit konkret anfangen würden. Blue Terracotta. Das ist Blue Terracotta. Bin ich nicht schlecht. So, hier haben wir noch nichts drin eingesammelt, aber hier war noch irgendwelchen... Warum haben wir eigentlich hier Terracotta unterhinten der Terracotta? Äh. Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Dann müssen wir mal gucken, was wir so... Wie wir das so gestalten in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn Sie verraten, das war eine positive Bewertung da oben ein Abo und bis dahin. Tschau Leute. Tschau Leute.